Ich habe etliche Verantwortlichkeiten. Mehr als sich viele Menschen vorstellen. Ich manage nicht nur, ich beaufsichtige die Produktion, die Aufforstung und die Einhaltung des Naturschutzes. Man sagt, mach das, was du liebst. Genau das habe ich getan. Mein Beruf ist meine Leidenschaft. Dadurch bin ich neuen Dingen gegenüber aufgeschlossen. Aromen, Geschmacksrichtungen und Geschäftsmöglichkeiten. Kein Tag gleicht dem anderen. Heute bin ich vielleicht draußen im Wald. Morgen nehme ich für unsere Waldgebiete Einfluss auf die Regierungspolitik. Diese Reise führt mich an Orte, die ich nie erwartet hätte. Das erlaubt mir etwas zu bewirken. Für Dinge, die nicht nur mir, sondern auch für die Zukunft wichtig sind. Es ist nicht leicht, die perfekte Kombination aus Obst und Gemüse zu finden. Aber wenn du es schaffst, dann war es das absolut wert. Überprüfung das Fert야지 ist das dann schaffst, Vielen Dank.